Ich habe hier in der Kiste ein paar Seifenblasen. Ich übernehme damit ein paar Seifenblasen nach. Ich gucke mal ganz genau, wie die Seifenblasen so machen. Was sie so schön machen. Seht ihr, wie die da unten nach dem Boden platzend? Habt ihr das auch so gern, wenn die Platzen oder man herum springen kann und die Seifenblasen zum Platzen bringen kann? Auch das mit den Seifenblasen und dem Platzen kam richtig. Die Seifenblasen Die Seifenblasen